Hallo meine lieben Moviepop und Sabre Fans, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Hier möchte ich euch gerne einen Umbau vorstellen, den ich für den Stefan aus Frankreich gemacht habe. Wie ihr hier erkennen könnt, handelt es sich um ein Obi-Wan Lichtschwert, ist hergestellt worden von Sabre und konnte auf deren Online-Seite quasi erstanden werden. Genannt wird das gute Stück Project O-One. Es handelt sich hierbei um ein limitiertes Lichtschwert von Obi-Wan Kenobi, limitiert auf 200 Stück. Wir haben hier die Nummer 34 von 200 und hier ist das, wie ihr sehen könnt, Echtheitszertifikat. Ja, ansonsten, was ist sonst noch in der Box drin? Ihr könnt hier natürlich sehen, auch nochmal eine Displayplakette, ansonsten den Griff selbst. Hier in den zwei Tüten befinden sich einmal ein statischer Pommel für Displayzwecke, welchen wir nicht montiert haben und hier in der anderen Tüte befindet sich ein 7,8 Zoll Klingenadapter. Dieser wird aufgeschraubt auf den Emitter hier oben, wenn man eine Klinge einsetzen möchte. Ansonsten zeige ich euch mal, ich hole das gute Stück aus der Box raus. Das ist ein bisschen schwierig, da sitzt recht straff. Ja, da geht es auch gleich an, wie ihr hören könnt. Es ist echt verdammt laut. Ja, auf jeden Fall hier könnt ihr jetzt einen Blick auf den Griff selbst werfen. Ja, was drin ist, was wir verbaut haben, welches Chassis wir dafür verwendet haben, dazu komme ich jetzt gleich. Erstmal zeige ich euch ein paar Bilder vom Umbau und danach geht es direkt weiter. Weiter geht's mit dem Griff selbst. Lasst mich doch gleich einmal zeigen, wo das gute Stück geöffnet wird und zwar machen wir das über den Gürtelclip, lösen quasi die Schraube und entfernen dann im Endeffekt den Gürtelclip. Und dann lässt sich hier der untere Teil des Griffes, lässt sich dann im Endeffekt rausziehen hier. Einmal so. Und ansonsten haben wir hier das Chassis. Das lässt sich natürlich auch, wer möchte, vollständig entfernen. Muss man halt ein bisschen Acht geben. Ich schalte es nochmal aus. So. Ja, da könnt ihr hier einen Blick auf das Chassis werfen. Ist designt worden von Luis Luciano. Konnte ebenfalls über den Store von Sabers quasi gekauft werden. Dort war ein Link zu seinem Etsy Shop und dort konnte man dieses Chassis mit USB-C Support konnte man kaufen für, ja ich glaube es waren ungefähr 80 Euro. Ja, ansonsten, was gibt es hier zum Umbau zu sagen. Verbaut sind hier zwei Breastpins-Schalter, ein Kill-Switch, der besagte USB-C-Port. Diese wird in diesem Fall verwendet, um das Lichtschwert entweder aufzuladen oder halt eben Daten zu übertragen zum Profiboard der Generation 3.9. Wer möchte, kann natürlich auch die Batterie entnehmen zum Aufladen. Also es ist im Endeffekt hier, wie ihr sehen könnt, eine rausnehmbare Batterie. Ja, hier sitzen die Kontakte und es ist aber auch so gemacht, dass man im Endeffekt das gute Stück halt auch einfach normal aufladen kann. Ja, über den USB-C-Port. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier das Profiboard der Generation 3.9. Hier ist über den USB ein Adapter dran, der dann wiederum zu dem USB-C geht. Und ja, ansonsten ist es halt hier etwas bedauerlich. Hier ist halt echt wenig Platz. Ja, das heißt im Endeffekt, wenn das Schwert fertig umgebaut ist, hat man keinen Zugang mehr zur Micro-SD-Karte, die hier unten drunter sitzt. Genauso wenig hat man Zugang zum ursprünglichen USB-C-Port vom Profiboard. Was wiederum bedeutet, es muss zwingend bespielt werden nach der Installation über den USB-C. Ist ja an sich kein Problem. Einfach Stecker rein, Platz ist genug. Man könnte meinen, das wäre hier ein bisschen eng mit dem Kill-Switch. Aber der Stecker passt. Und dann kann man hier einfach im Endeffekt die Sound-Ordner, die Config etc. pp. alles über diesen Port übertragen. Man muss sich dabei auf ein bisschen mehr Zeit einstellen. Aus diesem Grund habe ich hier jetzt für den Stefan nur eine Sound-Fond von ihm drauf gespielt für seinen Obi-Wan. Ich glaube, sein ganzes Sound-Paket, was er mir geschickt hat, hatte um die 500 Megabyte. Und um das komplette Paket über den USB auf das Board zu spielen, vielmehr auf die Micro-SD-Karte, hätte laut meinem MacBook ungefähr 30 Minuten gedauert. Und da habe ich dann gesagt, nein, das mache ich nicht. Für Testzwecke reicht es auch vollkommen aus, nur eine Sound-Fond drauf zu machen. Und der Stefan würde den Griff eh noch modifizieren und Änderungen vornehmen. Also habe ich das im Endeffekt bei der einen Sound-Fond belassen. Ja, ansonsten haben wir hier oben die Stock-Neo-Pixel-PCB sitzen. Eine Eco-PCB, wie ihr hier sehen könnt. Das ist, glaube ich, Generation 4 schon. Hier sitzen die Pogo-Brass-Pins für den Speaker. Ja, und da lasst mich gleich mal dazu Folgendes erklären. Zum Speaker muss Folgendes gesagt werden. Dieser befindet sich hier im unteren Bereich des Griffes. So, und wie ihr hier sehen könnt, handelt es sich nicht wie angegeben vom Hersteller um einen 28mm Bass-Speaker, sondern in diesem Fall haben wir einen 24mm Bass-Speaker von Smugglers Outpost eingebaut, die sogenannte Elite-Version. Weil wir hatten hier das Problem einfach, dass das hier so eng ist und man musste den Speaker ausfräsen, also den Rahmen. Und wir haben dabei leider zwei 28mm Speaker beschädigt und aus diesem Grund sind wir dann dazu umgeschwenkt auf den 24mm Speaker. Das ist abgesprochen gewesen mit dem Kunden, mit dem Stefan. Und der 24mm Speaker ist immer noch verdammt laut und absolut ausreichend. Stefan war zuerst anfangs ein bisschen skeptisch und hat gemeint, er hätte lieber die 28mm Version. Aber ich habe ihm gesagt, Haltbarkeit und Lautstärke sind auch hier in dem Fall absolut ausreichend. Und ja, also hier jetzt 24mm Version. Wer den Griff hat und auch über den Umbau nachdenkt, würde ich von vornherein empfehlen, gleich auf die 24mm Version umzuschwenken. Wie gesagt, ist man einfach glücklicher mit und man hat weniger Probleme einfach. Dann lass mich mal zeigen, wie man das Chassis wieder in das Griffstück einsetzen kann. Dazu erstmal hier den Einschalter betätigen am Killswitch. Und dann sind ja hier im Endeffekt beide Schalter, das Chassis dann so einsetzen, dass der Ladeport nach oben zeigt. Und dann muss man sich hier ein bisschen rantasten und wenn man dann den richtigen Punkt gefunden hat, dann war es das schon. Ja, dann kann man die untere Hülle nehmen und kann die auch im Endeffekt wieder drauf schieben. Ja, hier halt dann im Endeffekt das gleiche Thema bis zum Anschlag gehen und dann halt hier schauen, wo das Loch sitzt hier für die Schraube. Hier ist leider ein bisschen unschön, das kommt vom Gürtelclip, vom feste Schrauben. Die Kratzspuren hier lässt sich anscheinend nicht ändern, aber man sieht sie nicht mehr, sobald der Gürtelclip montiert ist. Dann einfach die Schraube anziehen bis zum Anschlag. So und wie gesagt, dann sieht man die Kratzspuren hier nicht mehr, sie werden vollflächig verdeckt. Ja, das ist leider so und ja, ansonsten dann lässt sich der Griff ganz normal hier steuern. Hier sitzt der AUX-Button und hier der Power-Button. Wie gesagt, ist nur eine Soundfront drauf. Und dann ansonsten ist hier der Power-Button. Knöpfe lassen sich super elegant drücken. Hier hat man wie gesagt echt ein schönes Scheintuch. Und hier sitzt halt dann der Plug-Knock drauf. Ansonsten hier Basic-Config für Profi OS 7 mit Swing, Smooth Swing, Clash, Blaster und der Force FX. Ja, ansonsten alles andere ist auch mit drin. Lautstärke, Gestiksteuerung, ein Aus, alles was das Herz begehrt. So, ansonsten lasst mich mal zeigen, wie das hier abläuft mit der Klinge. Hierzu muss man wie gesagt das obere Stück abschrauben, wo halt der Blade Plug integriert ist. Und dann kommt man hier zum Inneren. Hier kann man sehen 7,8 Zoll Klingenaufnahme. Hier unten sieht man die Einstecktiefe zur PCB. Und die Klingenschraube sitzt hier im Gewinde. So, dann würde ich als nächstes mal zeigen, wie man hier die Klinge einsetzt. Sie feste zieht und worauf man hier in dem Fall zu achten hat. So, nun, zunächst holt man aus der Box den Adapter und diesen dann noch nicht direkt aufschrauben, sondern man muss ihn von unten über die Klinge stülpen. Aus dem Grund von unten, weil, ich hoffe man kann es hier sehen, weil von oben funktioniert es nicht, weil das Teil nicht durch die Spitze passt, wie man hier sehen kann. Also im Endeffekt von unten drauf schieben, dann die Klinge einsetzen bis zum Anschlag runter. So, ich nehme hier gerade mal mein Werkzeug und ziehe die Klingenschraube an. Wenn das erfolgt ist, kann man dann hier das obere Stück dann drauf drehen. Auch bis zum Anschlag. Und dann sitzt das Ganze richtig schön ansatzlos. Man sieht keine Schraube, gar nichts. Echt super elegant gelöst. Und dann einfach ganz normal kann man dann alles verwenden. Ja, also soviel zum Griff selbst. Ich denke, damit wären alle Dinge gezeigt, die relevant sind. Für dich Stefan, ich lege noch eine von meinen neuen Anleitungen mit bei für das Zwei-Button-Setup. Ich weiß, du hast dein eigenes Setup und du konfigurierst das Schwert wahrscheinlich sowieso für deine Bedürfnisse. Folglich wirst du andere Schaltmechanismen verwenden, wie hier angegeben sind. Ich lege das Teil trotzdem mit bei, damit du es einfach mal hast. Und ansonsten gibt es noch dazu von mir meine Gewerbekarte. Ich glaube, die hast du auch noch nicht von mir, wo es zu meiner Homepage und meiner Instagram-Seite geht. Und ansonsten gibt es hier noch eine Karte von mir, eine Cosplay-Karte von den Mandalorian Roughnecks. Eine neue. Genauso wie meine Karte von der Five for First, von der German Garrison. Ja, ansonsten, ja, ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch allen wie immer fürs aufmerksame Zuschauen, fürs dranbleiben. Wenn ihr mögt, schreibt mir was in die Kommentare, was ihr vom Griff haltet. Ich selbst persönlich bin der Meinung, ich habe schon eine ganze Menge Obi-Wahngriffe gehabt von Episode 1 und 2. Aber der hier von Sabres ist meiner Meinung nach die beste Version, die ich jemals hatte. Also der Griff fühlt sich super an. Ich finde die Chassis-Lösung elegant, bis auf die Nummer mit dem USB-C. Aber wenn das Schwert einmal bespielt ist, hat man ansonsten seine wahre Freude. Ja, oben super, super gelöst mit dem Emitter, mit der Klingenaufnahme, mit der versteckten Klingenschraube. Also wie gesagt, echt ein Top-Produkt. Leider ausverkauft. Wer das Glück hatte, eins der 200 Exemplare zu bekommen für 500 Dollar, der hat da echt einen guten Griff gemacht. Und ja, aber das sind wie gesagt, das ist nur meine Meinung zum Griff. Würde mich freuen, wie ihr darüber nach, wie ihr darüber denkt. Und ja, lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich mache es wie immer und verabschiede mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.